Wie ist die Lage auf den deutschen Intensivstationen am Mittwoch, dem 5. Mai 2021? Wir haben 4.955 Intensivpatientinnen und Patienten mit Covid-19 im Moment in Deutschland auf unseren Stationen zu betreuen. Das heißt, wir haben wirklich seit mehr als zehn Tagen hier eine Plateaubildung um die 5000 Patienten, die wir zu betreuen haben. Und das heißt nach wie vor, dass die Lage sehr angespannt ist. Was man nicht vergessen darf, wir haben jeden Tag viele hundert, gestern fast 500 Neuaufnahmen mit Covid-19, Patienten mit Covid-19. Das heißt, knapp zehn Prozent aller Patienten werden neu aufgenommen. Es ist viel zu tun. Wir verlegen natürlich auch einige Patienten auf die Normalstation, nachdem wir ihnen helfen können. Viele sterben leider auch nach wie vor. Nach wie vor jeder zweite beatmete Intensivpatient mit Covid-19. Den können wir leider nicht zurück ins Leben bringen und deswegen ist zwar nach außen in die Zahl relativ stabil in den letzten Tagen, aber auf jeder Station ist richtig was los. Die Lage ist nach wie vor angespannt und es gibt viel zu tun. Wir hoffen und das ist auch unsere Aussicht, dass wir die nächsten Wochen im Mai dieses noch gemeinsam schaffen werden müssen und werden, aber dass wir dann am Ende des Monats hier doch einen deutlichen Rückgang der Intensivpatienten hoffentlich zu verzeichnen haben und das ist unser Licht am Horizont. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020